So, hallo meine Freunde auf YouTube. Ich habe im Ebay diese Spinos von Lego Ninjago, Master of Spinjutsu, plus die Figuren reingesetzt. Für einen Euro. Wenn ihr Interesse daran habt, guckt ihr unter Super Lambert. Und dazu noch eine Warnung. Ich habe hier diese, die waren in einer Lego Trödelmarkt Überraschungskiste. Und da war auch dieser hier drin, der rote hier. Und dieser rote hier sieht aus wie einer von denen. Von unten, von unten. Ist auch etwas leichter. Hier ist auch diese Drehmechanik drin. Aber dieser ist eine ganz schlimme Fälschung. Hier ist nämlich keinerlei Lego-Emblem eingedruckt, eingestanzt, eingraviert. Und das Ding ist leicht. Da fehlt also das Gewicht drin. Und diese Auswurfmechanik funktioniert auch nicht richtig. Ich frage mich daher, es ist wirklich so gefährlich. Ich vermute mal, das Ding wird eine Megablox oder was auch immer Kopie sein. Es ist eine Warnung. Schaut also wirklich auf die Lego-Drucke drauf. Dass ihr nicht so reinfallt auf diese wirklich toll-dreisten Fälschungen hier. Wie gesagt, die Originale verkaufe ich im eBay unter Super Lambert. Wenn ihr ein Interesse hat dran. Bitte auch per Mail bei mir melden dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss.